und herzlich willkommen zu meinem channel herzlich willkommen zu heute teste ich ein energy drink den ich neu gefunden habe rein ich hoffe das spricht man so ausreigen total body full und zwar die sorte melon mania zero zucker also bleibt dran rein habe ich im rewe getränkemarkt meines vertrauens gefunden für 99 cent 500 milliliter was schon mal der oberkracher ist finde ich diese dose ist irgendwie auch so bisschen hat eine rauhe oberfläche und hier das soll wohl ein könig darstellen finde ich ziemlich geil gemacht also das aussehen ist schon mal geil und melone ist so so cool zero zucker aminosäuren natürliches koffein drin also nichts hier mit taurin und es hat 67 kilo kalorien die ganze dose also schon mal ordentlich verbessert konzentration b vitamine dabei reduziert müdigkeit ja alles klar ja ich würde sagen der pecher ist auch am start erstmal erstmal öffnen klingt richtig geil nach dose das erwarte ich von der 500 milliliter dose muss einfach ordentlich klingen das riecht eher wie wenn die noch diese schaum 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 gummi dinge die man wissen kann diese aus schaum gibt es neuerdings auch an so stilen sowieso lucha nur dass da so wie gepresste zugeberte sieht das aus so ungefähr riecht das ich würde sagen schenken wir ein ich hatte jetzt ungenommen dass das irgendwie ich mache jetzt nicht so viel rein ich hatte jetzt ungenommen dass das rosa ist aber es ist ganz weiß also ganz ja quasi lupen mäßig durchsichtig und es hat schöne bubbles dabei also richtig geil der rubbel der steht auch auf die bubbles also design technisch gibt es nichts das gefällt mir schon mal sehr sehr ich halte mal rein sehr sehr gut rein vom design her schon mal satte fünf sterne dafür ja und es riecht echt wie dieser wie diese schaum dinge ich weiß nicht wie die heißen oder wie zugewarte melone riecht das riecht wie dieser wie diese lutscher mit mit knallereffekt mit mit sauer innen drin die melonen die haben auch so gerochen mein ich ok brust schmeckt irgendwie total total süß ja soll man kaum glauben dass da kein zucker drin ist jetzt gucken wir mal drauf muss sich gleich zeigen davon zucker null gramm kohlenhydrate sind drin aber davon kein zucker ist ja krass das ist echt heftig mir persönlich ist es ein bisschen süß aber im sommer kann man das gut trinken es ist auf jeden fall erfrischend finde ich es schmeckt wie eine mischung aus vitamintrink und zuckerwatte so kann man es beschreiben wenn ihr andere erfahrungen damit habt schreibt in die kommentare rein und vergesst nicht abzustimmen ob ihr das produkt mögt oder nicht so was finde ich immer sehr interessant preis leistungsverhältnis also für 9 und schnitt wird mir einen halben liter geboten und es schmeckt an einigermaßen sind mir noch satte 4 sterne fährt und geschmacklich 4 sterne fährt und gepostet 4 sterne fährt und dann 4 sterne fährt und 5 sterne fährt und 3 sterne fährt 5 sterne fährt und 6 sterne fährt und 11 Euro 8 ergänzt 10 also das schmeckt Melonen Bonbons stelle ich mir so vor aber irgendwie auch chemisch so schmeckt an der Grenze zwischen gut und schlecht würde ich sagen ich finde es gut viele andere finden es bestimmt schlecht ich finde es gar nicht mal so übel könnte schlimmer sein ich habe schon Melonen Sachen getrunken die total schmecken geschmacklich kriegt das von mir auch satte vier Sternchen noch das soll es mal wieder für heute gewesen sein coolen Säure ist auch drin ein kleines Like wäre nicht verkehrt abonniert meinen Channel macht mir Vorschläge was ich noch testen kann ich habe hier noch weitere also ich habe hier noch drei Stück von diesem Rindy die werde ich auch noch durchtesten es gab nur vier Stück irgendwie vielleicht gibt es ja noch mehr wenn es noch mehr gibt schreibt mir in die Kommentare ein wird mich voll interessieren ja und allzeit schaut auf meinen Sozialkanälen vorbei Social Medias und abonniert mich auch da meine Videos könnt ihr auch teilen ihr könnt mich auch unterstützen wenn ihr wollt bei Paypal mäßig dann bleibt nur noch zu sagen allzeit gute Fahrt Jungs und Mädels nhau die ab bis es Bis zum nächsten Mal.